Wieso treffe ich die Krabbe nicht? Vielleicht noch ein Stück höher? Ne? War es zu hoch? Hä? Ich sehe, dass da immer aufkommt bei der Krabbe. Ich weiß nur nicht, warum ich die nicht treffe. Also, ich... Hä? Hallo? Hä? Das finde ich jetzt ein bisschen lustig. Kann ich noch Munition machen? Ein bisschen. Äh, ja. Wir versuchen uns mal, was passiert, wenn ich mit dem Pfeil so rum auf ihn drauf schieße. Aber jetzt habe ich mir auch mal Knöchel gebrochen. Ich treffe den nicht. Was ist denn los mit dem? Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Wuh! Sehr gut, sehr gut. Gucken wir mal mit der Lupe, ob sein Topor steigt. Krabbe? Was? Hallo? Hallo? Tatsächlich, der kriegt Topor. Also eigentlich dürfte der auch so K.O. gehen. Im Normalfall. Topor bekommt der. Also rein logisch dürfte der auch so einen Fall, Umfall irgendwann. Ich mache mal so ganz sachte. Ein bisschen Piesacken. Uh! Wah! Immer schön in den Arsch. Also eigentlich dürfte das auch so gehen. Wieso, mir das einfach nicht zeigt, diese Kacklupe. Komm schon, zeig's mir doch mal. Nee, doch nicht. Okay. Er kriegt doch kein Topor. Schade. Gut, dann müssen wir's eben auf die Art und Weise machen. Joa. Müssen wir's eben so probieren. Genau, so, immer so auf den Kopf muss man den treffen. Ach komm, ich hatte's doch grad. Ja. Das wäre doch so komisch mit dem Kopf schüttelt. Das heißt, das ist genau richtig. Ich muss nur eben aufpassen. Das war ja zum Beispiel nicht gut. Das zum Beispiel auch nicht. Aber wenn er so zu mir guckt, das wäre genial. Ein paar Mal muss ich den natürlich jetzt, ne? Komm schon. Genau. So schön bleiben. So schön bleiben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nein, 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 nein. Schön. Komm, kommst du mit deinem Köpfchen wieder her? Wacht, er da. Der verbirgt mich. Hallo. No. Immer schön aufs Köpfchen. Aufs Köpfchen. Hallo. Jetzt treffe ich ihn gar nicht mehr, oder wie? Doch. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm wieder her. Nein. Komm her. Mit deinem Kopf hierher. Diese Klobe. Ich habe Angst, den wieder umzubringen. Wenn ich ehrlich bin. Komm schon. Nein, nein, nein. Bleib mit dem Nüschel. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Das ist echt nicht einfach. Vielleicht habe ich das auch hier ein bisschen doof gebaut. Hallo? Ja, auf den Kopf getroffen. Sehr schön. Ach, Mist. Komm schon. Immerhin machst du mein Rohrherr kaputt. Auf den Kopf. Nein. Das war nicht der Kopf. Mist. Das ist nicht so toll. Sonst treffe ich ihn wieder gar nicht. Ach so, Mist. Das ist so verschwendete Munition, Mensch. Ja, warum treffe ich den denn jetzt nicht? Da. Ach, na du. Der klappt doch schon mal auf irgendwas ein. Äh? Was vertrifft er denn da? Komm schon. Hör auf, da rumzuprügeln und komm her. Ach, so ein Mist. Ich mache mal hier so ganz sachte mit der Knarre nochmal in den Popo. Komm her. Komm schon. Ach, so ein Mist. Ha. Ich müsste mal was anderes probieren. Kann ich hier noch eins dran machen? Ja. Gut. So. So weit rüber, wie es geht. Schade. Geht nicht mehr. Wenn das nämlich nicht klappt, jetzt. Dann hätte ich vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Wie dunkel ist denn das? Sehen wir auch nicht. Wo ist er denn hin? Ach, da. Komm her mit deinem Schädel. Ach. Komm her. Komm hierher. Ach. Ach, so ein Mist. Es funktioniert so einfach nicht. Ich brauche Steine. Ein paar Steine habe ich sogar noch. So. Kriege ich da noch ein paar Steine. So. Dann machen wir es jetzt anders. Hä? Ist immer mein Rohrgans. Du Sau. Ach. Soll er doch machen. Soll er doch machen. Ich probiere jetzt mal was anderes aus. Nebenbei noch ein Schlückchen Tee getrinkt. Ein Schlückchen Tee. So. Dann wollen wir mal gucken. Dann gucken wir mal. Äh. Jetzt sehe ich gar nichts, weil es hier so blendet. Ähm. Wo war denn das? Äh. Da, 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 da. Nee. Hier ist es nicht. Verteidigung. Nee. Äh. Balliste. Genau. Da brauche ich noch Fasern, Leder und Stroh. Fasern, Leder und Stroh. Das durfte ich ja eigentlich haben. Und Leder. Leder ist hier. So. So. Genau. Davon machen wir mal. Zwei Stück. Und dann brauche ich Munition. Wo ist das denn? Äh. Brauche ich ja dieses Ob... Äh. Schieß mich tot. Obsidian. Habe ich noch welches? Ah, Mist. Wo habe ich denn das Obsidian gefunden habt? Weiß das hier jemand? Irgendjemand? Toll, ich habe nur zwei. Das reicht für eine Bohler. Ist so ein Mist. Kriege ich noch Obsidian her? Hm. Da muss ich mal ganz kurz... Oh, Entschuldigung. Den Lärm. Ich glaube, ich habe noch die Karte offen. Auf meinem Handy. Da muss ich mal kurz gucken. Wo haben wir das? Äh. So. Ich muss das nochmal kurz aufrufen. Einen Moment. Müssen wir schauen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde das bei mir in der Nähe irgendwo. Obsidian. Ups. Moment. Moment. So. Genau. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz schauen. Wo finde ich das denn? Wo bin ich denn hier? Ich bin da. Okay. Äh. Was seht ihr denn? Das Blau. Ach du Scheiße. So weit weg? Oh Mist. Oh Mist. Warum so weit weg? Ach. Verdammt. 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 Scheiße. So. Machen wir mal hier das Tor zu. Soll ja nicht ziehen. Sieht es ja wie Hechtsuppe. Die Krabbe lassen wir jetzt einfach drin. Die lassen wir einfach mal eingesperrt. Für so ein paar Tage, Wochen, Jahre. Irgendwo muss ja Obsidian rumliegen. Muss ja irgendwo sein. Na Krabi. Geht's gut? Schnell weg. Bevor er auf dumme Gedanken kommt. So. Dann gucken wir mal. Hübsala. Ja. Hui. Das muss ja wenn dann in die Richtung sein, wo wir immer Metall geholt haben. Oder ich zumindest immer Metall geholt hab. Hui. 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 Also muss es ja hier irgendwo sein. Der ist immer noch da oben. Ich frag mich auch echt, wie lange der da oben bleiben will. Hallo, Ratti. Bist du zufällig ein Kerl? Ja, aber nur 120 und schon fast tot. Also lohnt sich nicht. So. Schaut's denn bei dir aus. Was bist denn du für eh noch? 300. Okay. 210. Ups. Ach so ein Mist, so ein Mist, so ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Wo sind denn nur Obsidian? Ich brauche dringend Obsidian. Hui. 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 Ach Mann. Äh, ich schwimme. Ich häng fest. Ich häng fest wegen dir. Lass mich raus. Sau. Geh weg. Du engst mich ein. Ach Mist. Ja klar, da ist Olo. Wer denn noch? Lass mich los, du Sau. Ach Mann. So. Wo ist mein Hund? Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Ach, Gott sei Dank. So. Dann wollen wir mal gucken. Ach, nicht schon wieder. Geh weg jetzt. Ey, wir hoch. Gehst du weg, du? Lass mich ja auch in Ruhe, du. Ich glaube, in die Richtung war's. Ich glaube, es zumindest. So. Wieso auch immer ich kein Licht habe. So. so wir laufen mal in die Richtung ich könnte mir gut vorstellen dass eventuell da ist so und die Wurz lauf schneller so 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 es gibt hier schönes ich will laufen mal hier lang auf mal da lang ja mal da lang ups 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 ach du nö das ist mein Hund in Ruhe du Monster meine Güte kommt hier erst mal so ein Vieh weißt in meinem Köter rum das geht ja mal gar nicht so ist das ungefähr die Ecke wo ich sein müsste ja also hier muss irgendwo hier muss es irgendwo dieses Zeugs geben jetzt muss ich nur rausfinden ups welches von den vielen das ist okay das ist es schon mal nicht das kommt mal jetzt weg hier ist auch hm noch viele Hundis auch toll sehr sehr toll da ist noch eine Schlange ne ist keine Schlange was ist denn das keine Ahnung hm müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen es sieht echt schön aus hier diese leuchtende Bäume die sind so schön ist das nicht herrlich hier wunderschön einfach nur wunderschön so wo soll denn das sein über diese komischen Ekelsteinchen gehen wir hier runter ups das sind Kristalle was ist das vielleicht das kann ich gar nicht abbauen das ist wohl nur Deko okay dann soll es so sein hm ich brauche nur Obsidian ich brauche dringend Obsidian wo kriege ich das nur her ich brauche das für mein Katapult ne für meine Balliste so rum Katapult haben wir ja schon oh Schlange Schlangen sind nicht gut Schlangen sind nicht freundlich die mögen einen nicht so besonders wo bin ich nur geraten wo bin ich nur gelandet ach so ein Mist das ist wieder in irgend so einer bestimmten Ecke wo es nur so zwei drei Klumpen gibt was ist das? ist das was cooles? äh ich darf ich mich mit einmischen? okay vielleicht noch nicht lass mein Hund in Ruhe du Sau Au Au äh wieso machst du eigentlich nicht mit? nur mal so als Frage was ist das? eine Versorgungskiste oh ist ja cool nehmen wir einfach mal ja Obsidian hat er trotzdem nicht gefunden du wolltest dich heimlich ranschleichen du Sau lass mir die Ruhe eine Schnecke eine Schnecke mit Weihnachtshut gibt es die Hüte immer noch wie lange wollen die das denn noch hier drin lassen? ja und jetzt? ich finde es einfach nicht wo bin ich denn gerade? also eigentlich müsste ich schon längst gefunden haben eigentlich hier bei diesen leuchtenden Dingern da kriege ich glaube ich nur mehr Metall raus glaube ich ja da kriege ich Metall es war auch gut aber brauche ich jetzt eigentlich nicht ich lasse das mal hier raus weg damit ein bisschen Platz brauche ich noch so ja wo kriege ich das denn her? was sind das für Steine? da kommt wieder irgendwo eine Schlange ach ui ich aufpasse dass ich hier nicht runterfalle no ach es ist ja schlimm halt mir Ruhe geh weg junge 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 man kann hier nicht in Ruhe ne kriege ich auch nicht so Mist ich lasse die auch immer mal auf folgen dass die mir nicht wegläuft wenn man was angreift hm oh cool hier kann man unter die Welt gucken da richtig geil sieht echt schick aus ähm wo kriege ich denn jetzt nur Dings her? also Käfer und so ein Kram gibt es hier ohne Ende aber wo kriege ich sie die an her? ich hoffe ich finde den Heimweg das macht mir gerade irgendwie mehr Sorgen ui Alter was ist das denn? was zur Hölle? was? oh mein Gott oh mein Gott ein Drache ein Drache oh mein Gott Beauty sei vorsichtig oh Gott Alter die hauen ja rein jetzt kommt A90 A-Level 90 Neck Beauty oh ne oh nein ach nö da Neck Beauty also welches Level ist der denn? 600, was? oh mein Gott Black Beauty oh einen haben wir geschafft Gott sei Dank zieht er nicht so viel ab nur es dauert ne Weile bis wir den jetzt klein haben komm schon du schaffst das Black Beauty du schaffst das ich glaub an dich oh mein Gott Alter ist der hübsch den will ich haben aber ich glaub da muss man die Eier klauen hab ich so das Gefühl ich war der Meinung da muss man die Eier klauen die kann man leider nicht so betäuben sonst hätte ich es direkt probiert statt den umzubringen das wäre ja sonst schön doof von mir wie? greift jetzt noch rum wo ne Schlange an oder was? natürlich greift ne Schlange an warum auch nicht? lass mich in Ruhe lass mich lass mich du schaffst das Black Beauty du schaffst das oh oh Gott alter hab ich irgendwas besonderes bekommen? oh Peter ach jetzt ist auch noch mal gut reicht langsam nur Schluss junge 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 äh das brauch ich jetzt nicht unbedingt alles was ist das? okay irgendein Rezept das nehmen wir mal mit das brauch ich jetzt nicht brauch ich auch nicht brauch ich auch nicht okay 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 wir haben noch ne Mütze bekommen ich denke mal für mich ist die Weihnachtszeit eigentlich schon lange rum das haben wir auch schon das nehmen wir mal mit das haben wir auch schon gut hat sie wieder ein bisschen mehr Platz und kriegt noch ein bisschen Schaden so obwohl wir könnten eigentlich auch ein bisschen Fleisch rausschmeißen davon hat sie auch viel zu viel drin das nimmt ja auch nur unnötig Platz weg das brauchen wir ja jetzt nicht ja wenn ich nur wüsste wenn ich nur wüsste wo ich das herbekomme ich hab auch keine Ahnung ob ich hier schon war oder ob ich hier schon 10 mal lang gelaufen bin aber da der Baum mir hier gerade nichts sagt bin ich hier entweder noch nicht gewesen oder ich hab den Baum vorhin nicht mitbekommen aber der ist echt hübsch wirklich ein sehr schöner Baum wenn es hier nicht so gefährlich wäre könnte man hier durchaus bauen oh ja gute Idee wieder wegzulaufen würde ich auch machen ach hier ist ja auch Wasser vielleicht hier am Wasser vielleicht kriege ich hier am Wasser irgendwo das her oder vielleicht die Steine das sieht so Obsidian mäßig aus probieren wir mal aus ne ist Metall Mist also wir haben zumindest schon mal eine Metallquelle gefunden aber wo Metall ist ist ja meistens auch dieses Obsidian nicht weit das war zumindest in den anderen Wilden oh scheiße oh fuck oh scheiße no ich bin ich bin verseucht ach nö jetzt bin ich jetzt bin ich besoffen scheiße ich kann da gar nicht lang ach das ist ja ätzend aua lass mich doch mal raus ach das reicht aber das tut doch weh oh je oh je oh Gott oh Gott oh Gott ich bin auch komplett voll ach Mist ich glaube ich muss das Metall rausschmeißen oder das davon habe ich zu viel was geh weg wie jetzt wo kommen die noch einmal her die fallen einfach vom Himmel es geht ab ach Mist und lass mich raten wetten dass da unten das Obsidian-Gelumpe ist wollen wir wetten dann muss ich mir erst so einen komischen Anzug machen das würde ich aber jetzt überhaupt nicht nett finden jetzt muss man wenigstens ein Steinchen irgendwo geben den ich mir holen kann naja wenn ich jetzt hier runterspringe weiß ich nicht wie ich wieder hochkomme ach verdammt ich brauche eine Krabbe ich brauche ganz dringend eine Krabbe oder so ein Drache das wäre natürlich auch schön und dann so ein Drachenei kommt man glaube ich auch nur mit der Krabbe weil da muss man ganz tief runterspringen und man muss ja auch irgendwie wieder hochkommen wie was was ist er nun was was ist er nun kaputt wo bin ich oh oh ich glaube ich muss ganz dringend den Heimweg finden ach du Heiliger habe ich zufällig diese Pilze dabei ich glaube nicht es gab doch irgendwelche Pilze die ne man dagegen essen konnte ich glaube das waren diese blauen oh ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe einfach nichts ich weiß nicht was ich machen soll Leute oh je ich glaube das wird hier aus bei nix ich äh ich werde jetzt erstmal leider die Aufnahme beenden müssen ich habe hier jetzt wirklich keine Ahnung wo ich hier das Zeug her bekommen soll ich werde jetzt erstmal versuchen den Heimweg zu finden und dann werde ich mich nochmal beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen umgucken vorher bevor ich nochmal aufnehme vielleicht auch während ich aufnehme scheiße ich sehe gar nichts ich muss erstmal stehen bleiben ja ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen wir haben halt eine Krabbe zumindest schon mal eingesperrt mit ein bisschen Glück bleibt sie auch drin und dann können wir in der nächsten Aufnahme versuchen Obsidian ran zu schaffen beziehungsweise vielleicht habe ich bis dahin ja welches gefunden mit ein bisschen Glück und äh dann können wir es mit der Krabbe gerne noch einmal probieren ansonsten scheiße was ist das ach das ist das Vieh wieder ach ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe ich lebe das nächste Mal noch und ich hoffe ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bis dann bis dann bis dann bis dann WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR